Hallo Schöne Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart. Auch im letzten Part haben wir den Spezialkub abgeschlossen mit 3 Sternen natürlich wieder. Es sieht so scheiße aus wenn ein Cup da einfach 2 Sterne hat. Hier mal 3 und dann nur 2. Schau mal was würden wir machen. Natürlich wieder mit Lemmy und meinen Standardsachen. Und jetzt kommen wir zum ersten Retro Cup. Der Panzerkub mit der V-Kumo-Weide, der GBA Mario-Piste. Der ist Schieb-Schiebstrand und eine 64-Tot-Autobahn. Let's go. Shall we? Skype, halt deinen Maul. So bin ich beschäftigt, aber das ist immer unten in der Ecke aufklappen sehr nervt. So. Hier ist ein Eins. Lass mich. Ich bin Skype. Oh nein. Zelda. Hühner. Was scheiße. Du 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 du. Und. Wir haben keine rosa. Doch. Rosa Gold Peach fährt voll oft mit. Genau wie die Baby-Character. Besonders online, wenn ich mit Tim spiele, ist immer Baby Rosalina da oder Ludwig. Wir denken uns immer so. Erwollen. Hey Baby Peach. Oh, haust du doch noch ab von meinen drei Bananen. Mensch du wäre, hättest du das auch getan. Du 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 du. Hoi. Oh, schade, ich fliege nicht mehr. Tschüss Baby Peach. Oh, sie wird von Luigi verfolgt. Läuft bei ihr. Du 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 du. Weil ich aber auch cool finde, ich mag die ganzen Retro-Strecken hier. Die finde ich richtig gut. Auch wenn ich die ganzen, wie ich zum Beispiel auf dem 3DS fand ich sie gerade nicht sehr gelungen. Ich fand den, den, den Blitzkopf fand ich gut. Außer den Dino-Dino-Dschungel. Shit, was tue ich hier? Also ich mochte den Dino-Dino-Dschungel nie. Oh, was will man machen? Man kann nicht alles haben. Ey, ich wollte gerade einen Trick ausführen. Ich vergesse, ich habe drei Bananen um mich. Ey. Ich hatte mal drei Bananen um mich. Wieso hat der Bomberin gar nicht zwei zerstört? Ne. Ja, komm her, blauer Panzer. Komm. Trau dich. Trau dich, du Noob. Das kommt ja bestimmt. Das denkt sich so. Was? Du beleidigst mich. Ne. Ne. Und dann kriegt der hier so eine Tröt ins Gesicht. Ho, ho, ho. Hoi. Ich will auch mal wieder ein neues Flug. Einen neuen Gleitschirm. Weil bei MK7 war das genauso. Da habe ich kaum. Fick dich. Kein blauer Panzer. Ich hätte da es ein blauer Panzer erwartet. Weil meins kommt dann echt ein roter Panzer auf mich zu, wo ich mir gar nicht gesagt habe. Und danach denkt, kommt der blaue Panzer mit so troll du beleidigt es nicht die schönen fernseit machen gb amal ist piste ich wusste gar nicht dass ich das mal kart super super circuit ist das war das gb der gb als heim habe ich ja doch den habe ich gespielt den 1 teil den ich nicht gespielt habe ist echt mal kathri deswegen sich eine nie gespielt er ist richtig konsolen mario kart ist jetzt seit lange wieder mario kart 8 baby pf listing hast du da mit deiner grünen shell meine grüner schnell abgewehrt not bad boy baby aber ich hole schon wieder auf wer gelacht wenn ich danke luigi ein blauer panzer entschuldigung für vorhin kein problem ich heiße dich trotzdem was war das so ein trick gar keiner genau so nennt sich der ich krieg schon wieder kommen minzen vergiss es habe ich wieder schön abgelenkt die dritte 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 maior kart 8 das sinker bräbte ist ein schnell aufgenommen weil es nur 16 part beinhalten wird. Aber das Online-Projekt keine Ahnung, wie vielopathisch mache. Davon, wie gesagt, da würde ich, werde ich glaube ich mit Gastkommentatoren auch. So, wenn ich gegen Tim fahre, ist Tim dabei. Wenn ich gegen, sagen wir jetzt mal, Benni fahre, ist Benni dabei. Und wer sonst so hat, dass Mario Kart 8 hat und gegen mich fahren will. Also nur, wenn ich die Person dann auch in Skype habe. Wenn nicht, dann, nein. Dann könnte... Ich habe mich doch für ein Freund entschuldigt. Es tut mir leid. Ich hasse dich. Natürlich! Oh nein. Oh, wages dich. Darf ich noch ein Cup privat machen? Wisst ihr? Sofort erzähl gerade, denkt sich der blaue Panzer. Ich komm, ich hau dir jetzt aufs Maul. Fick dich. Ich hab' ganz hart. Ganz hart. Der ist Schieb-Schieb-Strand. Schieb-Schieb-Beach. Da ist Luigi. Fährt eigentlich auch die normale Peach mit? Wann hätten wir alle drei Peaches? Ne. Gibt's hier irgendwo etwas, wo ich was abkürzen kann? Ich mag nämlich jetzt ungern vor Luigi fahren. Ne. Ich glaub, bei dem Schieb-Schieb-Strand gab's keine richtige Abkürzung. Willst du mich schnatzen? Klatsch! Ihr könnt alles schön hinter mir bleiben. Ey, es juckt die Nase schon wieder. Darf das nicht wahr sein? Warum juckt sie momentan so viel? Es tut mir leid, dass ich dann auf Pause rücke und nicht irgendwie in Kantsch. Das wär mir aber zu viel Arbeit jetzt. Warum bin ich jetzt nicht gedriftet? Das ist ja so viel schlau. Wow! Geh weg! Geh weg, sagte ich. Du Arschloch. Baby Luigi schon wieder, ne? Die sollte mir mal kräftig den Hintern versohlen. Und das damit. Was? Also ne, jetzt regt meine Nase mich auf. Wieso ist die rote Stelle an dem vorbei? Okay. Tschüss! So. Jetzt drifte ich hier aber. Die strecke werde ich nämlich wieder erst. Wie gesagt, ich möchte dann mindestens zwei Sterne haben. Ich geb mich nicht mit einem zufrieden. Ne. Never ever. Und die knicken. Oh, war das dumm. Das war sehr dumm. Und das Driften geht wieder los. Warum ist mein Panzer jetzt zersprungen? Mein Panzer? Was ist da los bei dir? Oh Gott, diese zwei Babycharacter, ne? Die können mal schön... Weg! Braucht keiner. So. Also, dass man den Nasen unter so sehr juckt. Also, stop. Please. Und wer Benni ist? Ja, Benni ist jemand aus meines Streams. Und Jan wird sich ja eventuell auch ne Video holen. Das ist übrigens die Autobahn. Die ist geformt wie ne 8. Ähm, dann fahr doch mit Jan. Selbstverständlich dann. Düm. Düm. Eine der langweiligsten Strecken des N16. Allgemein hat der N16 ziemlich langweilige Strecken, finde ich. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Wieso seid ihr eigentlich hier so schnell wieder? Dumm. die strecke ist hier breiter gemacht worden hier das glück ist auch mal mit mir mit den let's play an so wie es sich auch gehört so voll eingebettet das glück muss immer mit uns so gut mit uns zu sollen es hier in die band aber die musik finde ich ziemlich schlecht ich finde sie ganz schon langweilig willkommen ich habe noch eine rote schelle für dich luigi du blastert genau du blastert du blastert ja ich höre doch schon wieder luigi hinter mir und er ist auch noch ganz knapp hinter mir vergisst es macht nicht wieso bin ich zweit natürlich bist du so weit vorne penner irgendwer kriegt items aber ich krieg keine hier nur eine kacke minster der fuk was war das zum teufel komm gehe ich mit fünf münzen ins ziel und mit einem drei sterne pokal zwei sterne pokal natürlich wie immer was will man tun genau nichts doch erster werden allerdings zwei sterne so dann wird dieser part auch wieder beendet du hast auch geil also warte ich würde sagen wir sehen uns im nächsten part wieder so bis zum nächsten mal tschüss